Oh, die Gewahr dahinter sitzt die Tür nämlich auch nicht. Ich dachte es mir schon. Als ob es irgendwie einen Unterschied macht, was hinter diesem Tor ist. Das ist nicht mein Name. Hm, das ist nicht mein Name. Black and white, darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillion taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senu explored new paths into the unknown. Man, is it really true that all things promised to keep him safe? I did not ask the mistletoe. Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother. Is it really true that all things promised to keep him safe? I did not ask the mistletoe. Baldur's mother confesses. When can Iétait with the old food? I felt so young. I thought it was too young. Oh dear. Haven't the mistletoe über. Oh... ... they banned Friday or December. Okay, jetzt verstehe ich das so gut. Die Klappe. Okay, also irgendwo hier muss das Symbol sein. Hm. Aber ich finde, ich muss da hoch zum... Hm? Okay. So, wenn ich jetzt hinten wieder rüberlaufe und durch die andere Maske gucke, müsste ich ja jetzt theoretisch da durchkommen. Ich habe die Tür aufgemacht. Gucken wir mal, ob meine Vermutung richtig ist. Und ob wir dann vielleicht sogar nach oben kommen. Dann wäre das die Tür hier vielleicht auch auf. So wie bei der anderen auch. Ja, die Tür sieht jetzt auch gut. Sehr gut. Ja, dann gehe ich dann einfach auf die andere Seite, Sam. Okay. Wahrscheinlich ein Gespräch getriggert, was man hätte da am Anfang kriegen müssen. Ist ja jetzt egal. Okay, also keine Möglichkeit hier irgendwo irgendwas zu sehen. Also ich probiere es einfach nochmal. Ich gucke nochmal an die andere Welt. Okay. 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 sogar noch ein Stück höher. Ah, jetzt. Das zählt. So. Ja, jetzt haltet die Klappe. Ja, jetzt haltet die Klappe. Geh mal wieder da zu mir. Hallo? Steht du jetzt nicht herunter? Doch, okay. Ich stand noch zu dich dran, ne? Zu dich dran, an der Tür dran, und streben sie auch. Oh, okay, ich dachte, hier wäre auch auf. Ach, du Heiliger. Ich sage dem mir jetzt hier was anderes, wenn ich das jetzt fokussiere. Oh ja, auf jeden Fall. Loki macht einen Dirt aus dem Mistletoe und geht zu den Gästen, als sie Dinge an Baldr schießen. Der blinde Gäste, Huth, war da. Loki fragt ihn, warum er nicht ein Punkt war. Huth sagt, ich kann nicht sehen, wo Baldr steht. Und selbst wenn ich ihn sehen könnte, habe ich keine Wehme. Loki antwortet. Tja, und wer war es eigentlich? Natürlich war es Loki. Er hat nicht was, objections. Ich muss mich nicht mehr. Du hast keine Chance. Ich mache es jederzeit. Ever, ever, ever. Die Notemen tell how the gods mourned Baldr. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. Sie kommt mit einem Wölf und hat Vipers für ihre Reins. Sie schützt Baldur's ship in die Seele mit so viel Kraft, dass die Boden schützt und die Roller-Bürst in die Fläge. Wenn Baldur's wife sieht seine Körper auf dem ship, sie hat Herz mit Gefühlen, und sie stirbt. Sie ist neben ihr husband, und die Pyre ist lit, zu den Todes zu hell. Aber auch so können die Gäste nicht ihre Todes akzeptieren. Drei Stück. Ich werde zu weit weg. Gäste. Freundschaften auf Liebe. Ein Schaue der Schmerzen hat sie nie verlassen. Und sie war zwischen zwei Wörtern. Die von Zimbel und ihrem Vergangenheit. Und Dillian. Ein Zukunft. Die Realitäten, die auf ihr Sein. Fertig muss das hier irgendwie zu diesem... Reicht das schon? Ja, das reicht schon. So, damit haben wir ein. Hier komme ich wahrscheinlich nicht durch von hier aus, wenn ich mal vermute. So. Gucken wir mal, wie es hier drüben gerade aussieht. Ach, gucken wir mal, da haben wir doch direkt schon das eine. Nur falsch rum. Wie komme ich denn da an die andere Seite? Gucken wir mal. Ach so, wahrscheinlich da hinten über die Tür, ne? Muss ich hier die Tür aufmachen, damit ich jetzt dann gleich außen rumlaufen kann, wenn ich da wieder bin, damit die Tür da offen ist. Die ist jetzt ja zu. Gibt es hier von der Seite auch nochmal einen Weg? Ne, natürlich nicht. Gegenüber liegen auf und da gibt es einen da nochmal. Okay, alles klar. He saves you, you owe him. Ja, aber jetzt sagen jetzt das bitte mal. Weißt du, ich muss die Brücke runterlassen und dann kann ich... Oh Gott, das ist anstrengend. 25.000 mal rumlaufen hier. Ich meine, das ist nicht schlimm. Das Spiel gefällt mir ja, deswegen ist es halt auch nicht so schlimm, dass es sich ein bisschen in die Länge zieht, aber... Manchmal ist es halt doch ein kleines Tipp nur nötig. Ich bin öfters, ich gucke immer gar nicht mehr nach dem Gesicht. Ich gebe dir gleich Geti. Mit meiner Faust in dein Gesicht. So. Hier bekommen wir jetzt das Symbol. Dankeschön. Jetzt fehlt mir nur noch eins. Oh, da hinten ist noch eine Story. Ich war da eben auch noch nicht. Was war das gerade? Warum glaubst du, dass du das wirst? Du siehst rune, du siehst rune überall. Überkommen mit Grief. Die Gäste senden Hermann, um zu hell zu fahren, und fragen Hela, um zu balder zurück zu Hause zu lassen. All die Gäste wehren, er sagt. Sind sie? fragt Helen. Wir werden sehen, ob er wirklich missbraucht wird. Wenn alles in der Welt wehren für ihn wird, er wird zurück zu den Gäste. Aber wenn sogar eine Sache wehren, Balder bleibt mit mir. Die Gäste senden messengersen überall. Weep für Balder. Weep ihn aus hell. Und alles wept. Man, Beasts, Earth, Stone, Trees, Metal. Everything. Except for a giantess they find in a cave. Balder was never my friend, she said. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Natürlich Loki. Do you remember him whispering in your ear? Wie komme ich denn irgendwie noch weiter hoch? Sie bauten einen Leiter oder sowas, die ich nicht gesehen habe. Bei mir fehlt da jetzt noch die letzte Rune. Die letzte Rune. Ich würde sie halt oben vermuten, aber da müsste ich halt irgendwo hochkommen. Ich habe dich gehört, in a way that nobody else did. Hmm. 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 He didn't believe that she was cursed. He saved you when everyone else turned their backs. The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldr's death. They captured him, and took him to a cave. They fetched his two sons, and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. Hmm. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down, and turned these bonds to iron, and dangled a poisonous serpent over his face, so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say, that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Hmm. Dillion's in the tower. He's there. Ah, okay. Hier gibt's irgendwo den Pfeil. Wo ist er? Da ist die... Ah, okay. Ah! Das ist tatsächlich nicht ein Licht, Tower. Äh, Tower. Pfeil. Der Tower. Der Tower. Der Hangel. Der Sowoman erilibird. Pfeil.